Die Reparatur war aber nicht billig. Das fehlt mir noch. Hartes Wasser hat Ihre Waschmaschine kaputt gemacht. Nehmen Sie kein Kalkon? Kalkon? Bei Kalkon hat Kalk keine Chance. Dieser Heizstab ist total verkalkt. Der zweite Heizstab ist Kalkon gepflegt. Er ist kalkfrei. Kalkon sollten Sie immer nehmen. Egal ob bei 30, 60 oder 95 Grad. Kalkon macht Schluss mit dem Kalk. Waschmaschinen leben länger mit Kalkon. Untertitelung des ZDF, 2020